Herzlich willkommen, Freunde, zu einer kleinen Runde Monster Hunter. Ich werde jetzt mal direkt die Quest aufmachen. So, zwei Sterne-Quests. Beim letzten Mal angekündigt, fehlt uns nur noch der Argen-Aktor. So, dann starten wir mal hier durch. Wir sind wieder vollzählig. Obwohl es so kurzfristig angekündigt war, bin ich doch überrascht, dass sich doch die Starris so gesehen noch so schnell bereit erklärt haben. Ich werde hier Verteidigung und Gesundheit kochen, weil ich habe, so träge wie ich war, kein Monster mir oder so geholt. Okay, kein Monster gejagt, was gut gegen das wäre. So, ich muss jetzt kurz noch mal einen Beutel überprüfen. Tränke bräuchte ich ein paar. Ähm, Kaltgetränke habe ich noch. Gut. Also, ich kaufe mir noch schnell mal ein paar Tränke, wenn ich das noch kann. Darf ich das noch kaufen? Jep, ich darf noch kaufen. Gut. Ähm, dann schnell mal hier. Zack. So, alle sind ready, bis auf einer. Ähm, ja. Wenn du schon rumläufst, dann soll es doch ready sein. Okay, also, Aknaktor steht an. Ich habe vergessen, meine Waffe umzuswitchen auf Giftwaffe, aber ich denke mal, mit der würde es auch gehen. So. Quest wird gestartet. Solange trinke ich mal einen Schluck. Äh, der rennt einfach los. Wahrscheinlich von den High-Quests nicht anders sehr gewohnt, dass man einfach mal so los donnert. Ähm, komm, ich mobse mal hier die Farbbälle und die Karte will ich auch haben. Einfach zur Orientierung. Und komm. Da der eine losgelaufen ist, klauche ich mich jetzt seine Vorräte mal raus. Ähm. Ich habe mich ganz allein in der Base gelassen. Keiner kommt mit mir und läuft Händchen. Na gut. Lassen wir das mal gut sein. Ähm. Animation noch futtern. Ähm, oh. Ich war schon auf Maximum. Okay. Hat keiner gesehen. So. Ähm, Aknaktor. Bin ich ja mal gespannt. Habe ich den schon mal gesehen gehabt? Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht dran. Oh. Da läuft doch jemand mit mir. Oh, Mano. Ich wollte schon sagen, gleich tut doch jemand mit mir Händchen halten. Ah, hallo. Aknaktorchen. So. Mal gucken, ob sich mein Defensiv-Boost so ein bisschen bezahlt macht. Ah je. Du siehst auf jeden Fall schicker aus als vorher. Oh, ich schmeiße hier jemanden um. Man fällt gerade auf, der eine kämpft mit Schild und Schwert. Wow. Das sieht auf jeden Fall... Autsch. Relativ gut aus. Also das Eingraben haben wir uns ja sehr schön überarbeitet. Aknaktor. Äh. Was war das denn? Das hat mich da getroffen. So, zack. Oh. Startstand. Ah, okay. Man sieht so richtig wie auch die Lava runtergeht. Also man sieht es jetzt hier viel besser als V-Teil. Dafür, da ich schon bis Anfang das Spiel so kritisiert habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich doch einiges... Ja. Ich soll durch die Kamera mal drehen. Einiges wirklich verbessert. Finde ich sehr schön. Boom. Der ist so gesehen von mir anerkannt, Hyperstrahlbar knaktor. Und ich habe mir damals als allererster erstes von den großen Monsten... Was hat mich da getroffen? Von... Wow. Oh ja. Ich will hier mal ein bisschen weg. Ich will meine Waffen nachladen. Von allen großen Monstern habe ich den Magneto als erstes gemacht. Sag mir jetzt nicht, der humpelt schon. Na, okay. Dann wird das wohl schnell gehen. Das ist aber auch dem Punkt... Auch irrelevant. Oh, verdammt. Ich wollte mein Fernseher einen Ticken leiser machen. Ähm. S-O... Äh, S-C-O-N. Jetzt schon? Ach so. Oh. Oh, ich bin am Kokeln. Das fällt mir jetzt erst auf. Ähm. Gut. Schnell mal High Potions reinwerfen. Sehr schön. Okay. Äh, das ist klar. Wenn wir mit so harten... Naja, es ist Waffen und so draufhaut, dass er nicht viel standhält. Das ist mir sowieso bewusst. Ähm. Aber das ist in dem Fall auch egal. Hier geht es mehr um den Fun, als, ähm, jetzt wirklich, ähm, auch faire Bedingungen für, ähm, diese Quests. Weil ich sag mal so, da die Quests sich wiederholen, ist es schön, wenn die, ähm, wahrscheinlich wiederholen. Ich bin mir nicht sicher, aber wenn es so ist, wie bei einem anderen Monster Hunter, ähm, werden sich die Quests wiederholen. Und in High Ranked werden wir sowieso dann, ähm, Akenaktor mehrmals, ähm, oder nochmal... Autsch, nochmal kriegen. Und von daher ist das mir ganz recht. Auch wenn es jetzt hier, ähm, München gelandet. Easy. Und das heißt, Akenaktor in unter 5 Minuten. Sehr schön, auch wenn mein Schaden wahrscheinlich kriegen war, den ich insgesamt ausgelöst habe. Aber egal. Wie gesagt, mir kommt es dann später auf die High Quests an. Die High Ranked Quests. Und da kann man auch hier mal ein bisschen durchraschen. Vor allem, ich muss ja sowieso irgendwann noch, ähm, Rüstung farmen und sowas. Höh? Willst du mich abschießen, oder was? Bestimmt eher schuld. Waa! Waa! Hilfe! Ich werde bombardiert. So, also. Haben wir jetzt auch den lieben Akenaktor besiegt. Okay. Bisschen was zum Einsacken. Ich... Ähm, oh. Ich habe mich nur verdrückt. Ich dachte schon, hä, wieso geht es nicht weiter? Äh. Bin von der Taststafel gerutscht, du, äh. Mäh, mäh. Gut, also. Bin ich jetzt mal gespannt, was die nächste Quest ist. Auch wenn es jetzt so rasend schnell geht. Aber ich freue mich. Vor allem, ich lasse mich ja jetzt eigentlich konsequent hochziehen. Egal, ähm, er redet mit uns. Ähm. Ja. Das heißt mir doch einfach, dass wir eine neue Event-Quest haben, ja? Ich will mit dir nicht reden. So. Also, wir haben eine neue dringende Quest. Doppelten Ärger. Rathian und Rathalos. Okay, Freunde. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns in dieser Mission mit Rathian und Rathalos wieder. Also, bis dahin! Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns in dieser Mission mit Rathian und Rathalos wiederholfen. Ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns in dieser Mission mit Rathalos wiederholfen.